Und vieles anderes, das einfach nicht funktioniert im Mosambit. Vor ein paar Jahren mussten noch kleine Kinder Wasser suchen und durch das Hilfswerk, das wir ins Leben gerufen haben, ist das nicht mehr notwendig. Man konnte ein Dorfbrunnen erstellen. Sie haben 24 Stunden am Tag Wasser. Sie haben jetzt seit letztem November auch Strom und Licht. Kinder zwischen 8 Monaten und 18 Jahren, die in einem Heim sein, die von der Familie Fernando betreut werden, die die Kinder irgendwie einfach mit wenig Mittel durchbringen müssen. Musik 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 uzn coaching Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I got a first blue, and you don't stop, no, no I got a first blue, right, right, right Outside it's raining, and I've settled down I've settled down in my rocking chair when I'm feeling fine Well, I'll light me up a candle Smoking Then I'm gonna play Furry and blues that's on my mind Furry and blues that's on my mind Yeah I'm gonna sit down The mood, did I, did I walk in blues The mood, did I, did I walk in blues The mood, did I walk in blues So please don't just have all my blues ratios Cause I'm in the mood When I'm in the mood, did I walk, did I walk in blues I play it always Cause I would like to play in blues I like to tell the first blues as it is I got them first blues, I'm doin' feelin' fine I like to tell the blues as it is I like to tell the blues as it is I like to tell the blues as it is I like to tell the blues as it is I like to tell the blues as it is